Hi, schön, dass du heute da bist. Stell dich doch bitte einmal kurz vor und sag uns, welche Stelle du bei der Goethe ausübst. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin Leo und ich mache meine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Starten wir doch direkt mit unserer Office-Fragerunde. Bei Goethe hast du die Wahl zwischen Homeoffice oder Büro. Was nimmst du? Ich arbeite auf jeden Fall viel lieber im Büro. Kleidzeit macht es möglich. Früh aufstehen und zeitig Feierabend oder lieber ausschlafen und lange arbeiten? Ich stehe lieber früh auf, damit ich nach der Arbeit meine Freizeit noch genießen kann. Feiern gehen oder einen ruhigen Abend zu Hause verbringen? Sowohl als auch. Was holst du dir morgens in der Küche? Kaffee, Tee, Kakao oder Wasser? Am liebsten Kaffee, aber dann auch eine Latte Macchiato. Mit Kollegen Essen bestellen oder selber etwas mitbringen? Selber Essen mitbringen. Thema Büroerstattung. Lieber iOS oder Windows? Auf jeden Fall Windows. Wo sitzt du bei uns am liebsten? Einzelbüro oder Coworking Space? Das kommt auf die Aufgabe an, die ich gerade bearbeiten muss. Aber generell lieber im Coworking.